wir haben nichts offen im hintergrund keine ahnung was das ist warum wir jetzt rumspinnt sie können sich aufheben erst mal ich habe ein panzer der kann hier runter und dann stellung gehen in stellungen sagte ich auch da haben wir panzer die können schlafen erst mal produktion wählen einen hafen nächste runde öffentliche erklärung der zivilisation england der internet kann ob die über einen panzer von uns totkriegen und jay große ingenieur so Quebeck So Plünderung, keine Ahnung So Nächste Produktion starten Monument, Produktion wählen Äh, Kolosseum So Ero durchaus Goldene Seiler Beginnen, äh Können wir eigentlich Ja komm, mach mal Goldene Seiler Warum nicht Was, nur vier Runden? Das ist immer assi Ah, na gut, dann halt nicht Quebeck noch ein bisschen drangsalieren Eine Einheit befördern Und der kann gleich mal Hier rüber Und bald ist Quebeck hinüber Also kann ich sogar noch hier mal angreifen Einer will nicht befehle Die tue ich da ja mal auflösen Weil ich habe viel zu viele wieder Und dann haben wir noch eine Panzer Die kann auch noch eingreifen Nächste Runde Dann haben wir wieder vier Panzer auf dem Feld Und nächste Runde sollte Quebeck dann Von der Karte verschwunden sein Und auch da haben wir Panzer Die machen sich dann bereit Um Edinburgh anzugreifen Können Sie also schon mal da hinstellen Nächste Runde Wir sollten jetzt eigentlich gleich Eine ganze Menge Panzer ankommen von mir Ram gespielt Arma 2 Mit dem habe ich auch schon lange Nichts mehr gemacht Wo ich gestehen Auch mit Vendetta Haben wir schon ewig nicht mehr gezockt Das liegt ja mal da Das Vendetta Erstens mal Das sind die Zeiten In denen man was macht Gemeinsam unterschiedlich Jetzt und zweitens Sind die Spiele Vollkommen anders geworden Das liegt jetzt nicht da Dass wir uns nicht mehr verstehen Oder so Das ist einfach nur Das wir Ja okay Das ist einfach nur Das wir Andere Spiele Interessen So einen Spaß Jetzt mittlerweile haben Na also Statt annektieren Selbstheilung Und jetzt können die Truppen Einmal mal herkommen Moment wo sind die Hier Wollen wir mal noch welche Hier Und noch welche Hier Und noch welche Da Die haben da noch gar nichts gebaut Okay Äh Der bleibt das bei der stehen Der hält sich auf Der auch Der auch Produktion wählen Vorschubslabor Aufheilen Stehen bleiben Erstmal So Und Produktion wählen Auch noch Gerichtsgebäude Einfach mal Nächste Runde Das wird gut abgehen Lol Okay Die Menschen kommen Durch nichts den Göttern näher Als wenn sie Menschen Glücklich machen Ermöglicht dem Bau Einen von medizinischen Laboren Die das Wachstum In Steppen beschleunigen Attacke 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 Nehmen wir mal noch den Zerstörer Nehmen wir mal noch den hier Nehmen wir mal noch den hier So Das ist glaube ich erst mal genug Was hier steht Produktion wählen Medizinisches Labor Produktion wählen Vorschubslabor Produktion wählen Medizinisches Labor Produktion wählen Vorschubslabor War das jetzt die eine Stadt Oder waren das mehrere Städte Ich weiß es gar nicht Forschung wählen Elektronik Oh Nein das wollte ich nicht Das wollte ich Und das ist ebenfalls ein Bautrupp Und die gehen ja weiter hin Kronos greift nochmal hier an Kronos greift nochmal hier an Okay einer würde ich befehlen Kann ich von hier hier rüber angreifen Leider nicht Gehe die auf Abfangmodus Und hier haben wir einen Panzer Und der Begibt sich auf direkten Wege Schon mal da hoch Noch damals schon wieder vier Panzereinheiten stehen Vorwandseineinheiten bewegen Müssten wir eigentlich gerade machen Nächste Runde So Super Auch die greifen Einfach mal direkt an Also in der Drohnenbrücke Ellenbauer wird wahrscheinlich Einer von einem der Flugzeuge Erstmal angreifen Wow Was für ein harter Ah die greifen ein Schiff Das ist ja noch besser Das ist ja noch besser Habe ich jetzt all meine Einheiten verloren Weil die auf Wasser angegriffen haben Warte mal Ich glaube ich habe alle Einheiten gerade verloren Weil die auf dem Wasser angegriffen haben Was ist das denn für ein scheiß Zeug Ich habe Informationen Die hilfreich sein könnten Okay Kronos Kauf Panzer Quebec Kauf Geht auch nicht Dann halt hier Sparta Kauf Panzer Athen Kauf Panzer Argos Kauf Irgendwie Da geht nichts mehr Aber hier geht noch Korinth Kauf Auch nicht Das ist ja noch Das ist ja noch Produktion wählen Forschung Produktion wählen Fabrik Produktion wählen Stab mal Moment Argos Komm mal her Argos Hier du armer kleiner Schuradur So Ist das gekauft Für Argos So Ein erheblich Befehle So Ein erheblich Befehle Ein erheblich Ein erheblich Ein erheblich Ein erheblich Befehle Großer General Der leitet mal ein neues Zeiler Ein erheblich Befehle So Ihr baut da mal sowas Einheit benötigt Eine Fee Achso das haben wir gerade Äh In der Stadt stationieren Und da geht die nächste Runde los Und die feigten da ganz schön hart Es geht nicht ab meine Freunde Es geht nicht ab So und Auf der nächsten Runde Alter Das wird immer heftiger Äh Was hat denn der Typ so Mal ist das Lol Okay Wir haben so eben Eisen und Öl bekommen Die wohlgenervtesten Völker der Welt Sind wir nicht mehr Hohoho Nein Der ist natürlich alles ziemlich beschissen gelaufen Dass ich jetzt Auf dem Wasser meine ganzen Truppen verloren habe Weil ich das nicht besser wusste Was ist das denn Das ist ein Bautrupp Okay Fail Produkt zu wählen Äh Forschungslabor Produkt zu wählen Äh Forschungslabor Eine Einheit benötigt Befüttert Eine Einheit benötigt Befüttert Äh Hierhin bitte So Kannst ja auch von übelst Wenn die Seiten angreifen Eigentlich nur Eine Einheit befördern Status Dauerkrieg Was war ich denn Ich wollte eigentlich Ein Panzer dahin befördern Um von uns angreifen zu können Verbands Einheit bewegen Schlaft Auf meiner Runde So Einer benötigt Befehle Hoffentlich habe ich jetzt bald Da Na endlich Panzer Nach Da bitte Einer benötigt Befehle Panzer Panzer Da bitte Panzer Nach Hier bitte So Einer Ich hätte sich erst mal noch ganz gut Verluste kassieren Okay Ich höre jetzt die ganze Tropen runter Die können sich da einfach mal geschickt auflösen Ich höre jetzt also Das war dann noch ganz gut Ich höre jetzt mal